WING COMMANDER 4 Origins 4. Ausgabe ihrer Spiele aus dem WING COMMANDER Universum Und hier sehen wir einen Teil der Intrepid, des neuen Mutterschiffes, natürlich aus Leichtmetall Oh! Nein, es stellt sich also heraus, das ganze Schiff ist aus Holz und die fleißigen Leute, die Sie hier sehen, arbeiten daran Hier entsteht das riesige Mutterschiff, die CSS Intrepid, von deren Flight Deck alle Missionen in WING COMMANDER 4 beginnen werden Über 30 Handwerker sind rund um die Uhr mit dem Bau der Intrepid beschäftigt, die wegen ihrer riesigen Ausmaße in drei verschiedenen Hallen untergebracht wird Zum ersten Mal wird bei WING COMMANDER 4 mit realistischen Setbauten gearbeitet Und dieser Shuttle, den Sie hier sehen, ist ein perfektes Beispiel dafür Der Shuttle, der zur Beförderung von Personen vom Schiff zum Planeten dient, hätte allerdings im echten Weltall schlechte Chancen Naja, it's Hollywood Und während man hier noch fleißig am Rumpf der Intrepid arbeitet, ist man im benachbarten Studio kreativ zugange Überall bekannte Gesichter Die Crew und die Cast sind fast mit der von WING COMMANDER 3 identisch Hier sehen wir, wie Maniac gerade mit Captain Eisen über Landurlaub verhandelt Was bewegt einen so vielbeschäftigten Schauspieler wie Sie dazu, in einem Computerspiel mitzuwirbeln? Oh, well, this is a project I enjoy a lot Das Projekt macht mir einfach Spaß Außerdem gefällt es meinen Kindern, die dann zu Hause am Computer Captain Eisen zeigen, wo seine Grenzen sind Ich musste nur kurz mit dem Produzenten verhandeln und wir haben uns schnell geeinigt Glauben Sie, dass einem Schauspieler in einem interaktiven Film mehr abverlangt wird? Oh ja, absolut, ja Obwohl Schauspielerei immer viel Fantasie und Vorstellungskraft belangt, ist dies bei interaktiven CD-ROMs noch viel mehr der Fall Die Dreharbeiten finden diesmal in echten Sets, anstatt der in WING COMMANDER 3 benutzten, computergenerierten Hintergründe statt Erleichtert Ihnen das die Sache etwas? Natürlich, insbesondere erleichtert es das Zusammenspiel der Schauspieler Wenn man vor einem echten Objekt steht, wird der Zusammenhang viel, viel klarer Werden Sie bei WING COMMANDER 5 wieder dabei sein? Oh ja, natürlich, ich überlebe die Episode, ganz klar, ich bin wieder dabei Hier wird gerade eine Beerdigung für einen Wingman vorbereitet Maniac ist das ziemlich egal Das Kernstück der Szene, dieser Sarg, löst bei den Schauspielern allgemeine Heiterkeit aus Chris Roberts findet das nicht so spaßig, der hätte die Szene gerne noch dieses Jahr im Kasten Wir sind hier zu sagen, zu lieuten, Winston Chang Das ist ein Mann, der er seine Züge mit seinem Herz und als Herz ist es, wie ich bin Ich glaube, ich bin glücklich, dass ich mit ihm flogge Even luckier to have been his friend. Vagalond, may your spirit continue to roam the stars. Im fertigen Schnitt werden natürlich weder die Drahtseile noch die Kulissenschieber zu sehen sein. Während die Schauspieler auf eine grüne Wand starren müssen, sieht der Regisseur auf seinem Monitur bereits den im Hintergrund eingeblendeten Weltraum. Mark Hamill wird wieder in der Rolle des Commander Christopher Blair zu sehen sein. Im folgenden Interview schildert Mark seine Eindrücke über The Price of Freedom. Ich glaube, wir sehen hier wirklich die Zukunft. Für uns ist es unwahrscheinlich aufregend zu wissen, dass wir von Anfang an dabei waren. Wing 4 ist ein technologischer und kreativer Meilenstein, der weit über die üblichen Klischees hinausgeht. Plötzlich taucht jetzt die Frage auf, ob diese militärischen Konflikte überhaupt einen Sinn haben. Das ist sicher ungewöhnlich in einem Computerspiel. Was mich aber hauptsächlich dazu bewegt hatte, diese Rolle in Wing Commander wieder zu übernehmen, war die Tatsache, dass diese alte Nervensäge Tom Wilson nicht mehr dabei ist. Als ich hörte, dass das Studio auf Maniac verzichten wird, war ich sofort bereit, meinen Vertrag zu unterschreiben. Maniac würde nicht in diesem Fall sein. Oh wirklich? Ich mag Mark Hamill sehr und ich hoffe inständig, dass ihm noch zu helfen ist. Ich hoffe es. Mark, du brauchst Hilfe. Dies ist eine Videointervention. Du brauchst Behandlung. Viele Menschen sind um dich besorgt. Ich natürlich nicht, aber irgendjemand halt. Denk an deine Kinder. Denk an deine Familie. Wie siehst du die Zukunft des interaktiven Films? Dieses ganze Computer-Ding läuft einfach nicht. Leider. Am Anfang gab es Hoffnung. Okay. Ein schnellerer Taschenrechner. Woop-die-du-du-du-du-du-du. Textverarbeitung. Woho. Das ist hoffnungslos. Vergessen wir das Ganze und zurück zum Maracus. Es gibt eine Menge Wing Commander Fans, die Maniac lieber tot als lebendig sehen würden. Was sagst du zu diesen Ungläubigen? Was sag ich zu Spielern, die mich tot sehen wollen? Ich öffne meine Arme. Ich liebe euch alle. Killt mich, dann kommt Freude auf. Hi, ich bin Mark Aniston, der Requisiteur für Wing Commander 4 und hier sind einige der Waffen, die ich mit einem Kollegen zusammen entwickelt habe. Dies ist die Handwaffe für die Marine Infanterie der Konföderierten. Diese Laserkanone hier wird sowohl von den Rebellen als auch den Konföderierten benutzt. Sie kann beispielsweise zur Zerstörung von Türen eingesetzt werden oder um den Weg für die Truppen freizuschießen. Diese Haftmine ist eine Geheimwaffe der Rebellen. Sie sucht sich erst ihr Ziel und saugt sich dann am Rumpf des Raumschiffs fest und reißt es in Fetzen. Eine Mini-Nuklearwaffe sozusagen. Hier sehen wir eine noch unfertige Szene, in der diese Mine zum Einsatz kommt. Warum Werger Bond beerdigt wurde, wird in dieser Sequenz offensichtlich. Diese Drahtgitter-Modelle geben dem Produzenten einen Eindruck von der fertigen Szene. Die Schiffe werden später bei Origin in Texas gerendert. Ein Vorgang, der hier am Drehort zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Die Rolle dieses Pappkameraden wird später von Mark Hamill übernommen. Hier sehen wir eine bereits abgedrehte Szene mit Mark Hamill und Malcolm McDowell, alias Admiral Tolwyn. Werden Sie ihn nun wieder als Tolwyn erkannt? Ja, und ich finde das erstaunlich. Wer zum Teufel hat denn heute die Zeit zu spielen? Haben die Leute denn wirklich nichts Besseres zu tun? Trotz dieser etwas kritischen Einstellung scheinen sie doch eine Zukunft in diesem Medium zu sehen. Ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber man hat mir gesagt, dass die Filmindustrie in Amerika im Jahr 9 Milliarden Dollar einnimmt, die Computer-Entertainment-Industrie hingegen 12. Das heißt, die sind jetzt schon größer als Hollywood. Also muss der Computer-Gamer heute bei der Auswahl seiner Spiele sehr kritisch sein. Genauso wie bei den Kinofilmen wird auch hier eine Menge Mist produziert, da jeder plötzlich das große Geld sieht. Chris Roberts und seine Wing Commander-Serie heben sich positiv vom Rest ab. Chris hat eine gute Story und eine Moral, fast wie in Star Wars. Die Computer-Generierten Sets in Wing 3 waren zwar cool und auch preiswert, aber sie ließen keine Kamerabewegungen zu. Kamerabewegungen, so wie sie heute in modernen Filmen und auch im Fernsehen üblich sind. Es hat auch den Anschein, als hättest du diesmal auf Kilrathi-Kriege verzichtet. Wir geben den Kilrathi aus alter Gewohnheit einen kurzen Gastauftritt. Aber der Krieg ist nun mal vorüber und diese Geschichte dreht sich um die Nachwirkungen des Krieges. Wie zum Beispiel interne politische Querelen innerhalb der Konföderation. Wie ist es dir gelungen, sämtliche Styles aus Wing Commander 3 wieder anzuhören? Mit Geld. Außerdem hat ihnen Wing 3 viel Spaß gemacht. Wird der von allen Wing Commander-Fans mit Spannung erwartete Kinofilm bald Wirklichkeit werden? Wir arbeiten zur Zeit am Skript und wollen nächstes Jahr mit den Dreharbeiten beginnen. Der Film wird entweder zu Weihnachten 96 oder im Sommer 97 in den Kinos sein. Es wird also mit Sicherheit einen Wing Commander-Film geben. Danke. Welcome. Und so endet ein weiterer Drehtag an Wing Commander 4, The Price of Freedom. Der Mann hat's gut, dennoch sind Kopfmassagen nicht immer ungefährlich. Danke. What are the other German words? Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? Ein Gruß an alle Leser der PC Games. What he said. Ja. Thanks. Ein Gruß an alle Leser der PC Games. Deutsch ist muy difícil en Español. Auf Wiedersehen. Okay, walk off if you could. Okay. Okay. Okay.